Wie viel Geld bekommen Politiker denn an Pensionen? Das ist schon hart. Ich will jetzt gleich das Thema aufmachen, verdienen Politiker zu viel oder nicht? Wenn ich in Rente gehe, werde ich sicher noch drei bis viermal die Woche weiterarbeiten, um überhaupt zu überleben. Ganz schlimm. Sie wissen nicht, dass es Menschen gibt, die arbeiten und trotzdem nicht vom Lohn leben können. Viele würden dann wahrscheinlich Deutschland verlassen? Definitiv. Das machen ja jetzt schon ganz viele. Wieso soll man dann nochmal darauf Steuern zahlen? So, herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Finanzinsider. Und heute eine ganz besondere Folge, weil wir haben ja jetzt schon die ersten vier, fünf Wochen hinter uns und ihr könnt euch auch wahnsinnig coole Folgen noch freuen, coole Gäste. Und heute haben wir uns aber mal ein besonderes Format überlegt, nämlich habe ich mir wieder meine Freundin eingeladen. Sina, herzlich willkommen. Hallo. Wir machen nämlich jetzt etwas. Kommentare kommentieren mit der Serie. Ich habe heute Morgen ein Video hochgeladen und das ist, glaube ich, direkt ein Video, was so eine Folge direkt mal, ja, wert ist. Und ich habe mir eben beim Training so gedacht, boah, eigentlich könnte man auch eine Finanzinsiderfolge machen mit Kommentare kommentieren. Genau. Ich bin mal gespannt. Also, das ist ja das Video, das hast du heute Morgen gepostet. Und ich weiß das gerade gar nicht, wie viele Kommentare da mittlerweile schon es zu gibt. Aber ich glaube, es sind einige. 112. Ja. Und ich glaube, es geht um das Thema Rente. Genau, damit alle auf der gleichen Page sind und wissen, worum es geht, werden wir das Video hier eben einmal einspielen und uns dementsprechend anschauen. Also, erst mal ganz kurz das Video hier. Wissen Sie ungefähr, wie hoch ist die Durchschnittsrente in Deutschland? Durchschnittsrente kenne ich tatsächlich nicht. Haben Sie eine Idee? Nee, tatsächlich keine konkrete. Ungefähr. Also, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Ich würde davon ausgehen... Was kommt denn jetzt wohl für eine Zahl? Dass wir um die 2000 Euro umliegen. Okay, Moment, Moment. Durchschnittsrente? Mhm. 1543 Euro. Alles klar, ganz knapp verschätzt. Ein Viertel. Das ist nochmal ein Stück geringer. Nach 45 Jahren Arbeit. Aber wisst ihr, was eigentlich das Problem hierbei ist? Das Altersvorsorgeproblem in Deutschland ist eins der größten, was wir in Deutschland aktuell haben. Okay, was die nächsten Jahre wirklich mit einer Wucht auf uns treffen wird. Und eine führende Politikerin, die darüber abstimmt, ob es eine Aktienrente geben wird oder nicht, die irgendwie auch schon wieder verschwunden ist, kennt das Problem nicht. Also jetzt mal rein logisch gedacht. Also mal ehrlich, ich muss mir doch der Probleme bewusst werden, wenn ich diese lösen will, oder? Okay, also das Video habt ihr vielleicht schon gesehen, vielleicht auch jetzt erst. Es geht um das Thema Rente. Und bei der Serie Kommentare kommentieren, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil es die allererste Folge ist, wie lange das Ganze jetzt hier gehen wird. Wir werden das jetzt wahrscheinlich häufiger machen. Und zwar immer dann, wenn die Short-Videos über 100 Kommentare haben. Ja, das heißt, immer fleißig kommentieren und mal schauen, was wir uns heute für Kommentare rauspicken. Ich weiß nicht, willst du mal anfangen? Willst du mal einen Kommentar daraus schon direkt vorlesen? Ja, ich schaue jetzt mal. Okay, erster Kommentar. Gestern meinen aktuellen Rentenbescheid bekommen. Obwohl ich immer mehr verdiene, liegt der voraussichtliche Satz mittlerweile auf Hartz-IV-Niveau. Wenn ich in Rente gehe, vor 15 Jahren war es noch das Doppelte. Macht Spaß. Was sagst du dazu? Das ist ganz schön hart, oder? Das ist traurig. Also, aktueller Rentenbescheid, was hier wahrscheinlich gemeint ist, die Renteninformation. Umgangssprachlich sagt man Rentenbescheid. Dafür haben uns auch schon einige Leute hier mal kritisiert und gesagt, ja, wir reden vom Rentenbescheid. Den kriegt man erst, wenn man in Rente geht. Sollen wir uns das mal wirklich genau anschauen? Ja, obwohl ich mehr verdiene. Man spricht das halt an und das ist auch so eine Geschichte, die, glaube ich, ganz, ganz viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Nämlich, wie die gesetzliche Rente berechnet wird. Es wird immer so suggeriert zum Juli hin, ja, die Renten steigen. Ich glaube, dieses Jahr 2024 um 3,5 Prozent. Aber das betrifft halt nur die aktuellen Renten und die zukünftigen im gewissen Maße. Warum? Es gibt, also man erwirtschaftet in der Zeit, wo man arbeiten geht, ja Entgeltpunkte. Und diese Entgeltpunkte sind an ein Durchschnittsarbeitsentgelt gekoppelt. Und das steigt jedes Jahr. Das heißt, es wird jedes Jahr schwieriger, mehr Punkte zu bekommen. Ich glaube, dieses Jahr, letztes Jahr lag das, glaube ich, bei 45.000 Euro ungefähr. Dieses Jahr ist das ein bisschen mehr. Das heißt, man muss irgendwie 3,8 oder so brutto verdienen mittlerweile. Dass man einen Punkt bekommt. So, wenn jetzt der Wert für einen Punkt zwar steigt, aber gleichzeitig es schwieriger wird, so einen Punkt zu bekommen, weil man halt nicht so ein gleiches steigendes Einkommen hat, dann geht die Rechnung halt nicht auf. Und ich glaube, das ist genau das Thema, was hier angesprochen wird. Dass der voraussichtliche Satz auf Hartz-IV-Niveau liegt, wenn er in Rente geht. Oder sie. Der Christian hat es geschrieben. Und ja, vor 15 Jahren hat es das Doppelte wahr. Weiß ich jetzt nicht, ob das genau das Doppelte war, aber ich finde das krass. Was sagst du da so zu? Du kriegst ja auch regelmäßig eine Renteninformation. Ja, ich finde das auch krass. Also, ich weiß nicht, wie man dann überleben kann. Also, wenn man jetzt nicht noch irgendwie, keine Ahnung, privat für sich was vorsorgt oder weiß ich nicht. Aber man gewöhnt sich ja auch irgendwie an das Leben mit dem Einkommen, was man jetzt hat. Und wenn man irgendwann in Rente geht und du hast irgendwie gefühlt dann nichts mehr im Gegensatz zu jetzt, was man jetzt hat. Ja, ist das schwierig. Vor allem, wenn man dann noch Enkelkinder zum Beispiel hat oder so. Und man will ja auch denen mal was Schönes gönnen. Oder ja, man will ja auch selber sich dann mal Urlaube gönnen und so, wenn man so viele Jahre gearbeitet hat. Und wenn man dann nichts mehr oder wenig bekommt, ist das schwierig. Definitiv. Jetzt ist es halt wieder geil, weil jetzt in dem Beispiel, klar, das hat jetzt eine Politikerin von einer Partei gesagt. Es geht jetzt hier in den Videos weder um eine gewisse Partei anzugreifen oder für eine Partei stark zu machen. Ich möchte das sehr relativ neutral darstellen. Aber jetzt hat hier einer auf den Kommentar von Christian auch was geschrieben. Und zwar, was kann jetzt die Lange dafür? Rentenpolitik ist jetzt nicht gerade das Thema der Grünen. Und was ist mit der CDU, CSU? Die haben beispielsweise sehr teure Mütterrenten eingeführt. Hier mit Rekala langzukommen, ist mehr als ungerecht. Naja, ich finde es, also wie gesagt, jetzt gar nicht mal speziell. Das hätte ja auch von jeder anderen Partei kommen können an der Stelle. Jetzt war sie halt bei dem Lanz eingeladen und hat halt das nicht gewusst. Und wie ich das halt wie in einem Video auch sage, wenn es darum geht, dass wir zum Beispiel vor zwei, drei Jahren über eine Aktienrente diskutiert haben in Deutschland. Und die aber dann abgeschmettert worden ist. Also mittlerweile ja kein Thema mehr. Erstmal waren diese zehn Milliarden sowieso viel zu wenig. Aber jetzt ist das ja schon zwei, drei Jahre nicht gekommen, weil sich halt gewisse Parteien dagegen ausgesprochen haben. Und jetzt ist es ja nur logisch in meinen Augen, dass sich diese Parteien wahrscheinlich dagegen aussprechen. Also aus deren Sicht, wenn sie halt das Problem nicht kennen, oder? Ja. Ja. So, die kann nichts dafür. Als Fünder-Politiker sollte man schon die Probleme in Deutschland wissen. Und man kann ja keine Politik machen, wenn man absolut keine Ahnung hat, was in Deutschland abgeht. Genau. Ja. Also so ähnlich würde ich das halt einfach unterschreiben erstmal. Ja, würde ich jetzt auch so. Also ich habe jetzt hier auch noch einen Kommentar. Du musst aufpassen, was du sagst. Du bist sonst rechtsextrem. Auf den Kommentar vom Robert habe ich auch geantwortet. Und das wäre jetzt auch meine Frage hier. Ich meine, schreibt es mal gerne jetzt unter dieses YouTube-Video. Oder ich glaube, bei Spotify geht es, glaube ich, in die Kommentare. Wenn man jetzt mal was anspricht. Also ich habe mich ja jetzt nicht ins Fernsehen gesetzt und wusste so ein Megaproblem. Also in meinen Augen ist eins der Hauptprobleme gerade in Deutschland, jetzt aus Finanzsicht betrachtet, das Altersvorsorge-Problem. Ja, spüren noch nicht alle Menschen, aber es wird ja von Tag zu Tag oder von Jahr zu Jahr schlimmer. Was hat das jetzt mit rechts zu tun? Ja, das frage ich mich auch. Also ich kann das verstehen. Ich meine, der Kommentar hier vom Robert hat auch über 27 Likes bekommen. Stand jetzt. Wie gesagt, das Video ist ja seit sechs Stunden online oder sieben. Scheiß mal drunter. Also ich glaube, das geht halt ganz, ganz stark heutzutage in die Richtung, dass man, sobald man irgendwas sagt, was vielleicht nicht mit der Politik einhergeht. Und es wird auch nicht immer nur alles schlecht gemacht. Es gibt sicherlich auch Punkte, die die Politik gut macht, was wir gar nicht mitbekommen. Ja, also ich bin jetzt auch gar nicht so ein Typ, der nur nach Fehlern sucht, aber wir müssen ja mal Lösungen ansprechen. Ja. Und dass man sich dann als, ja, ich glaube, Parteichefin, sind nicht Parteichefin bei der Grünen? Ich glaube wohl. Oder mit. Wenn man das nicht kennt, das finde ich hart. Ja, also das hat in meinen Augen halt nichts mit Recht zu tun. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ja, also das ist, also ich finde das auch hart, weil es ist ja nun mal ein Riesenproblem, was wir haben in Deutschland. Und irgendwie, man denkt ja die ganze Zeit, dass sie eventuell jetzt mal Lösungen schaffen, um dieses Problem zu lösen. Aber wenn die nicht mal wissen, wo die Rente überhaupt ist oder wie es überhaupt aussieht, ja, dann kann man ja auch keine Lösungen. Vor allem, was ich krass fand, der Land sagt hier 1.540 Euro Durchschnittsrente. Die Sachen, die Renteninformationen oder Rentenbescheid, die ich gesehen habe in den zwölf Jahren Finanzberatung, die lagen alle deutlich darunter. Also nicht alle, aber überwiegend. Das heißt, wir reden da, glaube ich, von einem Schnitt, wo viele nicht mal hinkommen. So, es sind ja auch Kommentare dabei, was hast du bei jemandem ohne Bildung und Interesse für das Thema erwartet? Ja, das habe ich gerade auch gesehen. Das mit dem Interesse würde ich wahrscheinlich unterschreiben. Weil es ist ja, also ja, es ist wichtig, dass wir ökologisch für unsere Nachfahren Klimawandel und sowas begrenzen. Das habe ich letztens in einem Artikel gelesen, dass die saubere Luft dafür sorgt, dass sich die Erde schneller erhitzt, weil nicht mehr so viele Partikel in der Luft sind und deswegen die Sonneanstrahlung krasser ist. Also irgendwie ein bisschen komisch, aber es macht ja Sinn. Was haben wir denn noch hier? Ich glaube, die träumt nachts von Schweinswürste. 2.000 Euro, das ist ein Witz. Okay, also ja, Essgewohnheiten, gut, da können auch immer Krankheiten hinterstehen, lassen wir mal jetzt hier raus. Aber das, also, ich sage das ja auch immer so schön, dass wir versuchen, in den Kommentaren sachlich zu bleiben. Und das hat, ja, also ich lasse das mal jetzt einfach so stehen. So, Regine schreibt, ich halte mich meist zurück mit Beurteilen von Menschen. Aber das hier ist wirklich ein starkes Stück und ich kann hierzu nur mit dem Kopf schütteln. Ich bitte darum, einen fähigen Politiker, sie hat wenigstens, sie hat sogar noch gegendert hier, einen fähigen Politiker in, an diese Position zu setzen. Ich finde es übrigens zum Beispiel, also es ist mir ehrlich, das finde ich, wir haben so ein mega Rentenproblem und wir reden darüber, ob wir in Deutschland gendern sollen. Ja. Und, also, sorry Leute, für alle, die das jetzt mega wichtig finden, ich werde mich jetzt wahrscheinlich hassen, dass ich das so sage. Ich bin ja ein Kind der 90er, ich bin so nicht aufgewachsen. Für mich war das halt, keine Ahnung, der Toaster, ja, es ist ein maskulines Verb und jetzt könnte man sagen, ja, aber es gibt auch die Toaster. Also, keine Ahnung, ich finde das ein total schwachsinniges Thema, also das ist meine persönliche Meinung dazu. Sie macht das jetzt hier, Jenna, das ist cool. Das Unbegreifliche ist, dass diese Politiker nach ihrer Amtszeit weiterhin ihre stark überhöhten Gelder aus dem Staatstorf bekommen. Wenn ich irgendwo aufhöre zu arbeiten, bekomme ich von dieser Firma nichts mehr und wenn ich meine Arbeit miserable mache, wäre ich längste Zeit dort gewesen. So, ich glaube, ich kann hier mal gerade eine Seite raussuchen. Wie viel Geld bekommen Politiker denn an Pensionen? Weißt du das, Sina? Ich weiß das leider nicht, aber es ist jetzt mal interessant. Ja, also man kann auf die Seite gehen, Bundestag.de. Ja, hier ist auch ein Kommentar, die Politiker brauchen sich über ihre Rente mal keine Gedanken machen. Also ich bin gespannt. Ja, also um ihren Charakter als lückenfüllende Versorgung gerecht zu werden, wird die Altersentschädigung nach einem Jahr der Mitgliedschaft gewährt. Nach dem ersten Jahr beträgt sie 2,5 Prozent der Abgeordnetenentschädigung und steigt mit jedem weiteren Jahr der Mitgliedschaft um 2,5 Prozent an. Der Höchstbetrag liegt bei 65 Prozent der Abgeordnetenentschädigung und wird erst nach 26 Mitgliedsjahren erreicht. Wir waren in dem Video bei 45 Jahren Arbeit, ja? Fast das Doppelte. Diesen Höchstanspruch erwähren jedoch nur die wenigsten Abgeordneten, da sie meistens von ihrem Deutschen Bundestag nur für zwei bis drei Wahlperioden angehören. Das Eintrittsalter für die Altersentschädigung ist zum 1. Januar auf der Vollendung 77 erhöht worden. Okay, also 2,5 Prozent der Abgeordnetenentschädigung, jetzt muss man ungefähr wissen, wie hoch ist die Abgeordnetenentschädigung? Ich glaube, man kann ungefähr aktuell so rechnen, also ohne diese Spesen, ich glaube, das ist da nicht mit drin. Also die kommen natürlich noch on top, die die Leute kriegen. 10.000 Euro. Das heißt, so ein Abgeordnetenpolitiker erwirbt 250 Euro pro Jahr an Pensionsansprüchen. Das sind immer mindestens für vier Jahre drin. Das heißt, pro Wahlperiode 1.000 Euro. So, jetzt haben die gerade geschrieben, also steht hier drin, die meisten schaffen das nur für zwei bis drei Wahlperioden. Heißt pro Wahlperiode 1.000 Euro Pension. Heißt bei zwei Wahlperioden bei 2.000. Und so, das ist wahrscheinlich, deswegen ist sie wahrscheinlich auf 2.000 Euro gekommen. Ja. Weil sie sich wahrscheinlich so gedacht hat, ja, wenn ich zwei Wahlperioden drin bin, kriege ich meine 2.000 Euro. Ja. Dann ist das bestimmt bei allen anderen auch so. Aber nach 45 Jahren. Genau, ich wollte gerade sagen, aber die Zeitspanne ist ja ein bisschen länger. Also das ist schon hart, ne? Also ich will das jetzt, ich will jetzt gar nicht das Thema aufmachen, verdienen Politiker zu viel oder nicht? Weil jeder hat ja irgendwie wahrscheinlich die Chance, sich da selbst reinsetzen zu lassen. Und man muss sich dann solche Sachen hier gefallen lassen, dass man in einem YouTube-Video einfach so präsent ist oder auf anderen Videos. Da muss man ja auch mit umgehen können. Aber das ist schon krass. Also kann definitiv ein Faktor sein, dass das die Wahrnehmung ein bisschen verwirkt, oder? Ja, das stimmt. Müssen wir jetzt dazu sagen, ne? Sarcistic, but smart schreibt jetzt rein, Ricardas Rente liegt bei 5.000 Euro nach fünf Jahren. So hoch ist es jetzt nicht. Haben wir gerade mal geklärt. Müssen halt bei der Wahl bleiben, aber es ist auf jeden Fall schon deutlich mehr als man als, weil, als wir überlegen, 250 Euro, vor allem das nochmal ins Verhältnis zu setzen, 250 Euro pro Jahr. Wenn man einen Entgeltpunkt erwirbt, man schafft ja nur einen Punkt pro Jahr. Und ein Punkt hat gerade einen Wert von 37,60 Euro. Ja, das ist ja fast Faktor 8. Ja. Krass. Ja. Müsste man mal andersrum spinnen. Wie lange muss man, wie lange muss man gesetzlich versichert arbeiten, um die gleiche Rente zu bekommen? Hier ist noch ein Kommentar. Immer das Gejammer. Jeder kann sich engagieren. Aber nur wenige tun es. Und die anderen dreschen Stammtischparolen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was das mit Stammtischparolen zu tun hat, aber engagieren, also wir engagieren uns schon, also über 4000 Videos draußen zur finanziellen Bildung. Und ich sage das auch immer ganz klar, ich meine, man kann sich immer hinsetzen und meckern, schlechte Politik und machen nichts und sowas. Und das ist auch so. Wir wollen ja nur damit nochmal darauf hinweisen, auch zu sagen, hey, wenn ich auf andere zeige, zeigen drei Finger auf mich zurück und selbst die Verantwortung in die Hand zu nehmen, aber selber vor allem auch was zu sparen. Ja. Gut, wie gesagt, ich werde jetzt, wie gesagt, die Politik-Sachen lassen wir jetzt mal raus, weil ich will mich hier weder für eine Politikpartei gerade stark machen, noch gegen eine stellen. Ich glaube, das Thema ist halt einfach gerade, dass nicht wirklich genau das 100 Prozent Richtige dabei ist. Ja. Und dass viele dann aus Verzweiflung Parteien wählen, die wahrscheinlich auch nicht die Lösung sind oder die ganz sicher nicht die Lösung sein werden. Ich habe noch einen Kommentar. Also, wenn ich in Rente gehe, in acht Jahren, werde ich sicher noch drei bis vier Mal die Woche weiterarbeiten, um überhaupt zu überleben. Ganz schlimm. Es wird ein Megathema werden, dass viele ältere Leute noch arbeiten müssen. Ja. Obwohl sie in Rente sind. Wenn sie es dann noch können. Also, Gesundheit spielt ja auch eine große Rolle. Wir haben ja hier auch schon einige Leute auf einem Finanzseller-Podcast gehabt, die von der Versminderungsrente leben, beziehungsweise eine Frau war jetzt da, Frauke. Das ist halt krass, ne? Also, ich glaube, vielen ist dieses Ausmaß noch gar nicht bewusst und ich glaube, es ist halt auch gar nicht das Thema, dass man sagen muss, ich muss jetzt wirklich mein Leben lang auf alles verzichten und darf nicht mehr leben, aber man muss ganz, ganz klar die Prioritäten sehen. Und ich würde heute auch nicht alles komplett raushauen. Mal eine andere Frage, wenn du jetzt zum Beispiel, ja, ganz normal arbeiten gehst, du verdienst dein normales Bruttoenggeld und verdienst vielleicht jetzt nicht so viel, dass du pro Jahr einen Rentenpunkt bekommst, um überhaupt eine ansatzweise okay Rente zu bekommen. Also, was würdest du da machen oder wie würdest du dann vorgehen? Naja, das ist jetzt eine Frage, wo viele sagen, ja, aber das ist ja nicht möglich und so. Ich glaube, das hat sich ja hier auch schon auf dem Finanzseller-Podcast bewährt oder gezeigt, ein paar Folgen, dass viele Leute noch Geld für Mist ausgeben, was nicht sein sollte. Oder es dann halt vielleicht doch der Touren-Sportverein ist oder dass es das Fitnessstudio ist, was man schon länger bezahlt, was nicht sein müsste. In dem Moment, wo man sich selber nicht so einen hohen Lebensstandard setzt. Also, das Problem ist ja immer, dass Menschen ihr Gehalt oder ihre Ausgaben an ihren Gehalt anpassen. Das heißt, weil das Gehalt steigt, steigen auch die Ausgaben. Ja. Das passiert die ganze Zeit. Und natürlich ist es dann schwieriger, auf was zu verzichten, was man schon gehabt hat, als sich das erst gar nicht anzuschaffen. Und in dem Moment, wo man aber das nicht macht, sondern sagt, hey, ich lege auch immer einen Teil meiner, meiner, meines Gehaltes weg, meiner Lohnerhöhung. Ich sage mal so 20 Prozent, die sagen eigentlich, wow, das ist aber krass, das ist viel, ja. Wenn man sich da von vornherein dran gewöhnt, dann hast du halt den Vorteil, dass du ja auch später in der Rente gar nicht so viel Geld brauchst. Also nachvollziehbar, also sagen wir, du hast ja gerade ein Beispiel genannt. Und wenn man jetzt drei Brutto hat ungefähr, dann hat man, keine Ahnung, zwei, eins, zwei, zwei Netto in Deutschland. Und jetzt gibt man das Geld immer aus. Und jetzt bekommt man daraus eine gesetzliche Rente von, keine Ahnung, 1.100 Euro. Das heißt, einem fehlen 1.000 Euro. Wenn ich mich jetzt aber nur an 1.8 gewöhne, anstatt an 2.2, dann muss, dann habe ich erstmal 400 Euro mehr, die ich sparen kann. Und auf der anderen Seite brauche ich ja gar nicht so viel Vorsorge, weil ich ja nicht die Lücke bis 2.100 schießen muss, sondern nur bis 1.800, weil das ja der Lebensstandard war. Ja. Nachvollziehbar, also von vornherein gesunder ranzugehen und sagen, hey, okay, Konsum halte ich begrenzt. Ich hätte das Geld, aber ich gebe es nicht aus. Und wenn man dann sagt, ich möchte aber mehr konsumieren, weil auch da, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der sagt, alle sparen und dann möglichst von nichts mehr leben und nichts mehr konsumieren. Dann muss man halt sagen, okay, jetzt bewege ich meinen Hintern noch mehr und verdiene halt mehr Geld. Okay. Wenn man sich mehr Konsum leisten. Also auch wenn das jetzt eine Antwort ist, die viele nicht hören wollen, gehe ich von aus, aber so riecht es halt, ne? Sollen die Politiker mal mit der Durchschnittsrente ein halbes Jahr versuchen, ein menschenwürdiges Leben zu leben? Danach reden wir nochmal. Wir tun die Rentner echt leid. Spannendes Experiment. Gebt dem Video mal einen Daumen nach oben, wenn ihr sagt, das soll mal durchgetestet werden. Vielleicht erreichen wir ja was. Wäre egal, wenn sie nur für sich und ihr bescheinendes Leben an der Pommes-Theke verantwortlich wäre. Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer so auf Essen kommen. In der politischen Position geht dies natürlich gar nicht und gehört sanktioniert. Ja, also nochmal, ich halte es nicht für verwerflich, dass einer nicht die Durchschnittsrente ja doch schon kennt, aber als Mitparteichefin. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Nein. Aber das ist jetzt auch kein Thema der aktuellen, also nicht nur ein Thema der aktuellen Führungsmitglieder da oder Politiker. Das war ja immer schon ein Thema. Aber es wird einfach immer munter weitergereicht an die nächste Wahlperiode. Mal gucken, den letzten beißen die Hunde. Kriegen dann alles ab. Sie ja jetzt eigentlich auch schon. Ja. Sasa Susa Ball schreibt, unsere Regierung ist sich der Probleme aber nicht bewusst, weil sie es nicht wirklich interessiert. Unsere Politiker sind viel zu weit weg von den Menschen, die hier leben. Sie wissen nicht, wie hoch die Durchschnittsrente ist. Sie wissen nicht, dass es Menschen gibt, die arbeiten und trotzdem nicht vom Lohn leben können. Sie wissen nicht, wie die Menschen mit Bürgergeld leben. Und ja, es gibt Menschen, die sich auf dem Bürgergeld ausruhen und es auch irgendwie schaffen. Aber das ist nicht die breite Masse. Sie werden nie wissen, wie es ist, 45 Jahre hart zu arbeiten und nur eine kleine Rente zu bekommen. Und ich glaube, dieses Desinteresse ist nicht nur auf eine Partei beschränkt. Wahrscheinlich hat er oder sie damit recht, oder? Ja. Also Leute, wirklich, ne? Sechs Stunden online das Video, über 100 Kommentare, das ist schon hart. Jetzt hier auf dem Beispiel auf Insta. Also, weil jetzt auch immer viele sagen, ja, was ist denn die Lösung? Ihr meckert, 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 meckert. Die Lösung wäre halt mal, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ne? Also Schweden macht's hervor. Es wäre ja nicht mal schwer. Es ist nicht mal schwer, die Anlagen zu finden. Man kann googeln, schwedischer Staatsfonds, nur in Norwegen, nicht Schweden, sondern Norwegen, norwegischer Aktienfonds, Rente, wie auch immer. Man könnte die Konstellation, die ja schon nachweislich, glaube ich, seit 20 Jahren da jetzt funktioniert, einfach kopieren. So, wie wäre es mit einer echten inhaltlichen Auseinandersetzung? Also, das machen wir jetzt gerade hier in dem Podcast, gerade in Notu. Vielleicht hörst du dir das hier mal im Nachgang an. Ist natürlich auf einem einmütigen Video auch immer sehr, sehr beschränkt möglich. Warum gibt es keine Lösung? Weil jede Partei ihr Klientel bedienen möchte und deren Interesse nicht dazu beitragen, die Rentenkassen zu füllen. Da ist die lange die falsche Adressatin. Warum eigentlich nur Abgaben auf Arbeit für die Rente, wenn die Zahl der Erwerbsbessigen sinkt? Warum nicht mehr Steuergelder für das Thema in die Hand nehmen und dann halt die steigt die Abgabenlast, was hier auch immer kritisiert wird? Wie wäre es mit einer Vermögenssteuer und höheren Erbschaftssteuer? Okay. Jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Glaubst du, das wird das Problem lösen? Ich glaube nicht. Ich muss jetzt aber wirklich mal was sagen, weil ich auch viele Leute kenne, die große Unternehmen führen und sehr erfolgreich sind. Eine Vermögenssteuer löst das Problem nicht. Definitiv nicht. Es verschlimmert sogar das Problem. Man denkt immer so, ja, die Reichen haben mehr Geld und wenn die Reichen das schön bezahlen, dann wird das gleich verteilt. Aber viele würden dann wahrscheinlich Deutschland verlassen? Definitiv. Das machen ja jetzt schon ganz viele. Also in dem Moment, wo das passiert, wo noch mehr Reiche, also die vermögenden Leute besteuert werden, ziehen die ihre Unternehmen ins Ausland ab, lassen remote arbeiten, was ja leichter ist als je zuvor, gehen in Steuerparadiese wie Dubai und wir haben noch weniger Arbeitsplätze in Deutschland. Also es ist halt viel zu kurz gedacht. Ja, die Reichen haben was, denen nehmen wir was weg und dann machen die das. Und andersrum muss man auch ganz klar sagen, die Leute, die ja diese Unternehmen führen, die sind samstags im Büro, die sind sonntags im Büro, die sind am Wochenende am Arbeiten, die fahren in die Arbeit, wenn die krank sind. Ja. Ja, also die gehen halt auch ein gesundheitliches, psychisches Risiko ein. Nicht alle. Es gibt sicherlich auch Chefs, die wirklich Arbeitnehmer ausbeuten. Das will ich gar nicht sagen. Aber das Problem ist halt, wenn man denen jetzt sagt, hey, ihr müsst noch mehr Steuern bezahlen, das wird nicht funktionieren. Also in meiner Meinung funktioniert das einfach nicht. Und Erbschaftssteuer auch nicht. Also jetzt kann man sagen, ja, die Leute, die was erben, die müssen mehr abdrücken. Ich glaube halt, dass was gebaut worden ist, was man vererbt bekommt, das wurde ja mit versteuertem Geld bezahlt. Ja, das finde ich auch so krass. Also wieso soll man dann nochmal darauf Steuern zahlen? Das finde ich richtig gemein. Weil, also wenn jetzt zum Beispiel deine Eltern was aufgebaut haben und auch, keine Ahnung, zwei, drei Häuser könntest du erben oder was weiß ich, dann haben die das ja gemacht und sich dafür auch, also die haben sich ja krumm dafür gemacht und freuen sich, dir was zu vererben. Und dann bist du nachher eigentlich schon die Gearschte sozusagen, weil du darauf ja nochmal richtig Geld bezahlen musst. Ich glaube, bei Kindern geht das sogar noch, weil die Verbeträgen bei 400.000 Euro liegen. Also wenn man jetzt alleine ist, auch schon schwierig. Ja. Aber gerade so bei höheren Verwandtschaftsgerätern, Onkel und so mit 20.000 Euro, das ist viel zu wenig. Vor allem, wenn wir jetzt bei Immobilien nur sind und das ist ja das, was am meisten veräbt wird. Die Freibeträge hier, die sind gar nicht mehr gestiegen die letzten Jahre. Wohingegen, wohingegen aber die Immobilienpreise sind ja deutlich fliegen und die Werte von Immobilien, ne? Ja. Ja, aber du hast recht. Haben wir noch einen spannenden Kommentar? Ich gucke mal gerade. Oh, bitte den Kanal in Finance-Made-Ampel-Bashing umbenennen. Voll peinlich. Unsere Rentner, die dieses Land aufgebaut haben, sammeln Lehrgut Pfandflaschen, um zu überleben. Dann gibt es besondere Menschen, die noch nie was in die Rentenkasse eingezahlt haben. Rente. Aber schon damals wie heute und Gott segne ihn, Herr Blüm, die Rente ist sicher. Die Rente ist auch sicher, nur die Höhe nicht. Hier habe ich jetzt nochmal einen etwas längeren Kommentar. Auch mit mehreren Likes. Ich halte mich meist zurück mit Beurteilen von Menschen. Aber das hier ist wirklich ein starkes Stück und ich kann hierzu nur den Kopf schütteln. Ich bitte darum, eine fähige Politiker, Politikerin, an diese Position zu setzen. Das Unbegreifliche ist, dass diese Politiker nach ihrer Amtszeit weiterhin ihre stark überhöhten Gelder aus dem Staatstopf bekommen. Wenn ich irgendwo aufhöre zu arbeiten, bekomme ich von dieser Firma nichts mehr. Und wenn ich meine Arbeit miserabel mache, wäre ich die längste Zeit dort gewesen. Ja, also viel dreht sich jetzt immer, kommen wir mal auf die Politik wieder zurück. Also was verdienen die und sowas. Das haben wir gerade schon durchgekaut. Ich glaube, gerade schreibt dir, Martin schreibt dir, mach deine Finanzdienstbeteilige nicht an den Bashing. Das hat überhaupt nichts in meinen Augen mit Bashing zu tun, sondern einfach was mit, Leute werdet wach, die da oben machen da gerade nichts gegen, macht halt selbst was. Und was so jetzt mal lösungsorientiert vielleicht von der Regierungskreise mal kommen könnte, vielleicht komplett unrealistisch, weltfremd, würde jetzt vielleicht auch einer zu mir sagen, mal bis drei, dreieinhalbtausend Euro keine Steuern zu bezahlen. Also die Leute, die wenig verdienen, die unterhalb, das wäre mal eine coole Regelung, die unterhalb diesen Grenzen verdienen, die nur einen Entgeltpunkt bekommen, keine Steuern zahlen zu lassen, damit sie das Geld haben für die Altersvorsorge. Müsste man vielleicht auch dann sagen, hey, das muss in die Altersvorsorge rein. Dann hat man direkt, bauen die sich einen Puffer auf und man sagt, ja, wo sollen die Steuereinnahmen herkommen, weil das sind ja die meisten, könnte man halt hergehen, nur mal diese ganzen großen Unternehmen wie Amazon und Co., die ja über irgendwelche Lizenzmodelle, Steuern sparen, Steuerschlupflöcher und sowas, mal zur Kasse beten. Ja, und ich glaube, ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber ich kann mir vorstellen, dass das durchaus zweckdinnig wäre. Ja, oder die Leute, die halt nicht arbeiten wollen und dem Staat nicht auf der Tasche liegen, halt irgendwelche Jobs halt doch machen lassen. Ich glaube, da wird ganz, ganz viel gehen. Also, ja, wir machen das, glaube ich, jetzt häufiger. Wenn Videos, wenn Kurzvideos hier über 100 Kommentare bekommen, dann schauen wir uns die mal ein bisschen genauer an. Schreibt mir mal gerne euer Feedback zu dieser Folge in die Kommentare rein, gerade die, die das jetzt auf YouTube gesehen haben, ist ja auch als Videopodcast-Folge online. Ich freue mich über eine Bewertung hier beim Finanzenzeller-Podcast. Sina, danke schon, dass du dabei warst, mit Kommentaren vorgelesen hast. Gerne, gerne. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.